Ich glaube, dieser Sound, den ihr wahrscheinlich jetzt kaum hört, ich höre ihn auch nur ganz kaum, kommt mit dem Soundmusik, ich habe die Musik runtergestellt, ganz leise. Und das ist genau so, also das haben sie scheinbar nicht getrennt hier, das ist glaube ich immer noch ein Fehler, das müssen die noch mal trennen. Das ist natürlich auch. Launch Escape Procedure completed. Emergency Power Generator active. Emergency Oxygen Generator active. Comms down. Detected nearby, underground ice, abandoned buildings, small vehicle. Also. Also, in der Kampagne wird man in eine Rettungskapsel abgeschossen, weil man halt, da ist alles in die Luft geflogen und so. Ähm, lohnt sich aber nicht großartig die Kampagne zu spielen. Äh, aktuell nicht, nein. Mal gucken, ob danach irgendwas passiert. Äh, deshalb halt replay. So. Also, Punkt 1. Wir werden jetzt erstmal einen Brunnen bauen. Dafür brauchen wir diesen Spektraldetektor. So. Gut, dann... ...werde ich mal nach Wasser suchen. Und wir haben auch schon gefunden. Okay. Wir brauchen erstmal Material, bevor ich... ...jetzt weiter... ...dahin gehe. Kann man nämlich auch gleich bauen. Was brauchen wir denn? Also, wir haben am Anfang nicht so viel, weil halt Forschung und so. Aluminium, Stahlplatte, Solarzelle... ... 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 so dann wollen wir mal gucken jetzt müssten wir eigentlich alles haben packung schrauben haben wir noch nicht die ist aber hier schon effizienz muss ich echt da hin oder kann ich auch hier schon ich hab vergessen ding zu holen einzupacken na gut dann wollen wir mal ein brunnen bauen und ich hab natürlich was vergesse wie soll ich was bauen ohne schweißbanner da 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 Water refilled Okay Zdo